Ich bin in der Nacharbeit, also ich mache die ID4s oder halt Verbrenner. Du bist also immer noch ein Fehler aus dem Herzen. Genau, fertige Autos und dann Fehlerbewegung. Hier landen noch welche? Ja, hier beim LKW hier, bei dem hier, Entschuldigung, der hier. Den kaputt hauen. Ach, hier landen mehrere. Nice, okay. Ich brauche eine Waffe. Ach, hier ist einer. Bei mir ist einer. Ja, ich komme. Scheiße. Bin bei dir, bin bei dir. Der ist weg. Ich habe nur 18 Schuss. Ich habe auch noch nicht viel mehr. Oh, was. Sind da noch welche bei euch, oder? Nee, bei mir. Warum nicht? Den haben wir gemacht. Und wolltest noch andere machen? Ach, hier unten. Hier, da ist eine Munition. Ich habe nur 18 Schuss. Ja. Geht's, Andy? Immer nur an. Ja, Digga. Ich habe ihn. Ich bin natürlich auch. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe... Ja. Alles gut. Der ist auf jeden Fall kaputt gefallen. Ich brauche jetzt erst mal Waffen. Lass uns auf dieser Seite. Zu gut, oder? Kann ich hier hoch? Ja. Ich brauche auch irgendwie was. Ich habe ganz viele Schilde und sowas, wenn ich das wollte. Nee, wir haben ja voll. Aber wie geht's nicht? Oh. Ja, Greifhandschuhe. Ja, Greifhandschuhe ist auch geil. Da kannst du dich von einem nach anderen hangeln. Ja, ist krass. Die sind eine Art Spider-Man-Ding. Ja, genau. Kannst du schneller von A nach B kommen halt. Lass mich hier runter Oh, hier sind nur die MPs Ich brauche nur ein ordentliches Sturm Revolver Nehme ich die mal mit Schon wieder eine Maschinenpistole? Ich finde nur eine Maschinenpistole Was ist das? Hier ist so ein Prächtig krasses Kraftteil Ja, diese Das KMH-MH-Ding ist ja halt Eine Maschinenpistole braucht ihr nicht, ne? Ne Das ist eine Buschbombe, was hast du denn? Hier ist jemand im Gebäude Okay, da ist ja jemand drin Neben mir Ich weiß jetzt nicht, ob das einer von uns ist, aber ich Eigentlich nicht Ich glaube nicht Wo denn? Ja, ich weiß hier in dem Gebäude, aber das kann auch sein, dass das Hier oben Oder warst du hier gerade in dem Gebäude drin? Ne, da war ich nicht Da war keiner drin Ich habe auf jeden Fall Tricky gehört Kann auch sein, dass er wieder weg ist Na, dann hätten wir den, glaube ich, laufen hören oder sehen Ähm Hätte ja sein können Ach, kommt doch Na, Havok Aber hier hat irgendwie jemand gelootet, aber irgendwie hat er nicht alles mitgenommen Nichts so Kommt mir sogar vor Ähm Oh, Maschinenpistole Alter, was sollst du mich da? Ähm Ja, okay Der Alpaka ist ein bisschen weiter weg Alter, wieso greift er sich da nicht hoch? Jetzt Ach, guck Ist nichts mehr Was haben wir denn noch für Dinger auf mir? Oh, Schroppchen nachladen habe ich da Hier oben ist, glaube ich, noch ein Mad-Nable Oh Ja Ja, habe ich schon mal So, ich gehe rüber auf die andere Brückenseite Zu demnächst, als in meinem anderen Gebäude Oder wir nehmen ihn noch immer mal ein Hast du das, Achilles? Weil Ja, ja, versehentlich Ja, weil die Tassen rückt Achso Ich dachte, Gas geben mit Rechte Trigger, aber ist jetzt eigentlich dabei Ja, Achilles, da ist noch eine Kiste Machen wir die Pfeiler kaputt Oh, killig Ja, zweimal so eine geile Ah, dann kannst du auch hoch Oh, oder auch nicht Ich weiß, dass ich mich hoch kann, aber Oh, reicht nicht Oh, scheiße Was haben wir eigentlich, sind wir voll Ja, Digga, ich weiß auch nicht Ich dachte so, ja Das hätte man auch Muss man die Scheiße andere Seite auch noch kaputt machen Äh, wieso, was bringt das denn jetzt? Ja, weil die Hängt da oben auf Ach, scheiße Also, ne Stumgewerf bei euch Ups Okay, dann gehen wir mal hier looten, ne? Oh, wir sind ja relativ cool, ne? Ja, hier gibt es auch schon mal Schönen Chat, den ich jetzt angesagt habe Hier oben ist noch ein blau Ah, ich brauche die selber Hier ist noch eine grüne Trommelschrotflinte hier oben Aber Waffen habe ich genug Die sind optimal, wenn wir jetzt Okay, dann nimmst du hier auch Gut Tomarang habe ich hier auch noch Ja, ne, lass mal Den Scheißding mache ich jetzt auch mal nicht mehr Weil da kacke ich immer durch ab Ja Die haben guten Schaden, aber das Problem ist Da brauche ich nur ewig haben, bis die zurückfliegen Ja, brauchst nur einmal werfen und dann Waffe wechseln Das wäre Vorteil Weil dann hast du guten Schaden und kannst direkt danach weiter ballern Okay, da vorne nimmt gerade immer so ein Noch eine blaue DMR hier Hier ist noch Mad Nebel Hab ich Brauche ich nicht, habe ich nicht dabei Chill-Trunk Ah, hier ist einer Gegner Ja, Digga Ja, der ist down Schön Ja, schön Ich weiß nicht, ob der alleine ist Nee, der war ja super tot Ja, aber ich weiß ja nicht, ob die hier im Gag Hier, da sind Wir können die Dings hier einnehmen Äh Ja, ja Ach, wenn wir die abschießen, wo ist Tony denn jetzt? Komm Da ist noch weiter gelaufen Ich war dann auch am Ruf vor der Fick Da ist ein bisschen fest Ja, ich fahr Alles klar Habt ihr die Tresor-Schlüsselkarte? Ja, hab ich Okay Aber lasst die Mammut-Personal die Biedmacher wieder haben Wo ist der Eingang? Äh, hier unten Hier, glaub ich Nee, doch nicht Oh ja Nee, du musst dir den Teppich irgendwie aufmachen oder was? Hier, hier, hier ist das Super nice No Geil Wo ist einer? Hier Oder hier gepinkt, in der Luft vor mir Achso, da oben In der Luft, Alter Also, da hast du immer In dem Raum Immer, egal Wie viele im Team sind Für jeden ist was da Achso Will jemand hier die Schubpacks noch mitnehmen, die sechs Stück oder? Nee, wa? Nee, ich hab alles voll Dann nehm ich die noch mit und lass die DMR weg Stich nur mit Sturm und Pumpe Die sind mal ganz cool Hier sind noch Schubpacks, ne? Ja, ich hab voll Sechs Stück Hier sind noch Puffis, hab ich auch drei Zwei Goldsäfte Alles klar, jetzt hast du noch Pumpe Ah, da spawnen welche Die Insel spawnt da oben Achso, ja, stimmt Ja, die ist natürlich OP Ach, das ist ein Schwein, ich wollte grad sagen Ja Ja, bleiben wir hier, oder? Da ist ein Alpaka, aber Was ist mit der Tür? Die geht nicht auf und nicht zu Ah Okay Wollen wir zur Insel? Ja Können wir machen, mal was Mal was anderes, ne? Alter Alter, ich fall runter Hä? Ich auch Hä? Ja, aber wir zusammen hochgegangen sind Sind wir untergeblokt? Sind wir untergeblokt? Sind wir jetzt erst, oder? Ja, ich falle Alter, aber wir zusammen hochgegangen sind Sind wir nicht Ja, ich dachte grad, hä? Hat jemand einen Schlüssel dabei von euch? Nein Scheiße Doch, ich hab einen Ja, dann lass uns unten den Tresor aufmachen Komm du mit, Andy nimmt kurz einen Ja, warte Ich hab meinen Schlüssel rein Und jetzt du deinen noch Oberes Loch Ja, komm, also jetzt Wusstest du eigentlich, dass es die im Tresor gibt? Ja Wusstest du auch nicht Aber wahrscheinlich überall, ne? Ich hoffe, wo du jetzt kommt keiner Normalerweise Hier ist noch ein Schlürftrank Ach ist Hab ich ja gar nicht Habe ich auch nur bekommen Dann ist das nicht das Sturmgewehr Hier sind noch Goldsäfte Nehmt euch noch einen Zweierpack mit oder so Ich hab ein Zweierpack Und weil mir fehlt noch ein Scharschützengewehr Ja, ich hab nur Sturmgewehr und Pumpe Mehr habe ich nicht Mehr spiele ich nicht Das ist schlecht Das reicht In der Regel Aber ich hab ja meine Mammutpistole Ja So, noch so ein bisschen safe Hier bleiben wir noch drauf Ich sag Können wir runtergucken Ob unten irgendwo welche laufen Ah, da unten ist einer Ja, eine Sniper wäre jetzt geil Da unten wird auch geschossen Aber ich kann da halt auch nicht hingucken Ne, ich seh's Ich seh die aber Der eine ist da Der hat Achillus Ja, macht aber mal Mit dem Revolver Da rennt das Lama, ey Die schießt das Lama an Nein Er wird in dem Gebäude reingegangen Getroffen Mit der Mammutpistole Geil Die schießen nach oben Die kommen safe dann gleich Wenn die uns jetzt gesehen haben Aber ja, da unten jagen sie das Lama Und ich glaub die kommen miteinander reiche hoch Wenn Also wenn die kommen Ne, Granate wäre jetzt geil Aber ich glaub die würde in der Luft explodieren Das hab ich auch noch nicht gehabt Dass wir hier so safe sind Quasi auf der Lama Ja, das ist selten Das ist selten Aber die Zone ist jetzt Wir sind noch in der Zone drinnen Aber ich glaub danach Müssten wir hier wahrscheinlich Oh, schießt Ah, ist zu weit weg Getroffen Der Mammutpistole schon wieder Ich hab's ja nicht von hier aus Ne, ich auch nicht Und bei der Tankstil ist auch noch eine Achillus Ja Getroffen 123 Oh, im Kopf Nice Ah, der ist da Ah Brauchst noch mal Brauchst noch eine Rektion Hier, ich trock den Hier, ich trock den Ich hab den Ich hab den Wischend Ja, ich hab den Wischend Ja, ich hab den Wischend Ah, ich hab den Wischend Ja, ich hab den Wischend Da hast du auch Achillus, ne Was? Ich trau mich schon wieder sehr Ja, auf jeden Fall Denk dran Die Zone Ja, dann nehmen wir das Trampolin Trampolin Nehmen wir jetzt schon Springen da schon hin Dann sind wir schneller safe Wir gehen da jetzt schon voll rein Ja, los Ich würd sagen, wo gehen wir hin? Hinter die Rennbahn Da oben sind wir auf dem Berg Oder was? Ja, lass mal machen Ja Ah, wir werden beschossen Von links Ne, ich will nicht Nur du Oh ja, von rechts Die Zone ist recht Ich wurde auch getroffen Ja, ich seh ihn Ja, ich klar Ja, du kleine Nucke, alter Ja, ich bin auch da Zwei noch Zwei noch Ja, warte Wir machen das Ja, ist der KI Ja KI auch tot Ne, ist auch einer Ja, da links Ja, genau Seid ihr halt noch durch Ja, alles gut Nach dem Westen Der ist tot, okay Gut Andy, wiederholen Oh, hier kommt noch mehr Schiffe Nimm Andy mit Mit Dreieck Heil ihn da irgendwo Hat noch einen Der ist auch tot Ja, also Wir werden hoffentlich Erstmal ganz kurz safe sein Aber wir sind auch in der Ne, ist noch nicht Ja, was warst du Ne, du musst komplett durch Bis die Zeit Ja, ich weiß, aber Ach Bei Tap-Ski kann ich nicht Von links kommen noch mehr Schiffe Bei Tap-Ski Ne Geißen sich aber nicht Jetzt Top Hab hier noch einen Und noch einen Der Adress ist auch tot Beide tot Jo, ich seh's Hier ist was für dich Oh ne, du hast getrankt, oder? Ja, ich hab auch Schild Ich hab alles Keinen Schaden bekommen Ist diese Repetier-Schrubflinte besser? Hebel-Schrubflinte? Äh, ne Ne, also Dings ist schon top Exklusiv Repetier-Gewehr Die brauche ich Ne, ja, okay Das kannst du als Hab ich Hab ich an Als Schiller der Mammut Nämlich das Alpha-Stumm-Gewehr Anstatt Verbessertes Groß-Kommel-Gewehr Mythisch Und die ist nur Die ist legendär Nämlich ein mythischer Aber Wir sollen uns bewegen Ja Genau Haut euch gleich ruhig Einen goldenen Saft rein Ihr habt ja zwei Weil das ist das letzte Gegner-Team Ja, stimmt Jetzt schon oder gleich? Äh, Habe ich schon eingeladen Mal gleich Ja, okay Warte noch kurz Ein bisschen näher Ich weiß noch nicht, wo die sind Die sind bestimmt in der Stadt Ein bisschen links halten Die können von rechts Die müssen von rechts kommen eigentlich Wenn ich das richtig sehe Okay, jetzt könntest du quasi Gleich ein Alles nachgeladen? Ja Handy noch nicht Okay, ich gönne mir einen Schubsaft Äh, einen Goldsaft Wo sind die? Keine Ahnung Ah, da unten beim Bulli Da hinten Ja Da liegt einer Die sind hier auf einer Äh, hohen Position Das ist besser Ja, bestimmt Ah, der läuft gerade da beim Hügel rum Ja, warte Da, er läuft Das ist die KI Das ist die, das ist die KI Scheiße Da ist noch einer Da ist noch einer Hinter dem Berg Okay Ja, ich bin gesehen Die lotsen die nur Dass die irgendwo hingeht Aber der läuft jetzt da gegen den Berg Und kommt nicht hoch Äh, stehen weiter Da oben ist einer wieder Habe ich nämlich Zweimal getroffen Wo oben KI Ah, die schießen die KI KI schießen die KI jetzt ab Ah, die schießen auf mich Explosionsgewehr Eingehittet Die kriegen da hinten jetzt Schaden Die vorne auch Ah, der Ah, die Einer ist down Jawoll Nice Das war ja easy Schön Haha Was war das für eine Runde, ey Ja, fahr nochmal Geil Ich mach jetzt den Schloss Ich mach da eben eine Runde hier Ähm Da weißt du es Ähm Ja Hautofahren Alles klar Bei dir Okay Ciao Ciao Tschüss